Hallo Leute und willkommen hier bei meAppleCat. Heute zeige ich euch, wie ihr tolle Star Wars Effekte selbst machen könnt, beziehungsweise selbst drehen könnt mit der App Action Movie. Die könnt ihr euch kostenlos aus dem App Store herunterladen und die hat seit kurzem ein neues Star Wars Update bekommen mit echt tollen Effekten, die ihr euch allerdings kaufen müsst. Kostet momentan 1,99 ist noch im Angebot und dann habt ihr hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tolle Star Wars Effekte und das Ganze funktioniert folgendermaßen. Ihr wählt den Effekt aus, den ihr gerne aufnehmen möchtet, dann bekommt ihr eine kurze Vorschau, wie der Effekt im Endeffekt aussieht, drückt auf Start, die Kamera startet dann auf eurem Gerät und ihr seht dann, wie ihr euer Kamerabild ausrichten müsst, damit dann der Effekt optimal platziert ist. Dann drückt ihr auf die Aufnahme und solange hier diese rote Umrandung zu sehen ist, ist die Aufnahme noch nicht lang genug. Sobald das grün wird, könnt ihr die Aufnahme beenden und dann könnt ihr hier noch einschalten, wann der Effekt genau eintreten soll. Drückt auf OK, das Ganze wird gerendert und dann kann es auch schon losgehen. Und ihr drückt auf Play und könnt euch dann anschauen, was ihr eben gedreht habt. Das hier sieht natürlich jetzt nicht so gut aus, aber ich habe da schon mal ein paar Aufnahmen vorbereitet und ich würde sagen, die schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Und wir beginnen hier mit dieser Szene von BB-8. Als nächstes schauen wir uns mal hier Lord Vader an, mit dem ihr euch rächen könnt an nervigen Gegenständen oder Personen. Und als dritten Effekt haben wir hier nochmal BB-8, wie er sich von unten nach oben hochzieht an seinen Stahlseilen. Als nächstes nehmen wir das Laserschwert zur Hand und werden uns mal gegen Laserangriffe verteidigen. Der nächste Effekt zeigt BB-8, wie er von einem Angriff flüchtet mit schönen vielen Explosionen. Und hinterher kommt dann noch der Millennium Falke, der sich im Luftkampf vielleicht auch über eurem Haus befindet. Und wer wollte nicht schon immer mal einen Walker durch den Vorgarten laufen sehen, das könnt ihr mit diesem Effekt tun. Und das waren sie Leute, das sind die neuen Star Wars Effekte hier bei Action Movie. Die App ist kostenlos, die Effekte kosten etwas Geld als in-App-Purchase, aktuell 1,99. Und ja, für jeden Star Wars Fan und er gern mal so kurze, lustige Videos dreht, absolut einen Blick wert. Ich finde es lustig und mir hat es Spaß gemacht. Ich bedanke mich fürs Zusehen Leute, bis zum nächsten Mal hier beim AppleCab. Bis dann, macht's gut. Tschüss. You have failed me for the last time. Okay Leute, ihr wisst wie es läuft. Schaut mir jetzt ganz, ganz tief in die Augen. Ihr wollt alles wissen über Smartphone, Tablets und Co. Ihr interessiert euch für iOS, Android und Windows Phone und wollt wissen, wie ein Jailbreak funktioniert, wie ihr eine Route auf Android macht und was man dann mit den ganzen tollen Zydea Tweaks anstellen kann. Außerdem spielt ihr gerne und schaut euch gerne mal ein Unboxing an. Auch Tutorials und Anleitungen sind für euch interessant. Dann geht jetzt zu YouTube und abonniert MiAppleCat. Die Katze hat gesprochen. MiAppleCat. Auch bei Facebook, Twitter und Google Plus und bei www.miapplecat.jimdo.com. Wir sehen uns. Wow!